Grüezi und herzlich willkommen zurück zu NUNE, auf einmal heute spielen wir das Spiel ZOMBIE! 2012 war das Spiel, ich habe es mir geholt, ein Freund auf PSN hat mir das empfohlen. Die Alchemie des Reichtums aus dem Nichts wird eine neuerliche Plage über das Menschengeschlecht bringen. Der Nebel des Todes verhüllt das Land. Und jene, die nicht gewappnet sind, werden seiner stinkenden Umklammerung erliegen. Denn Gott kennt keine Gnade für jene, die sein Wort nicht achten. Und das Ende wird kommen, und die Welt, unwürdig in seinen Augen, wird gereinigt werden von schwarzen Engeln, auf dass er eine neue erschaffe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hey, hier drüben, komm runter. in die Station. Ja, du. Ich kann dich schämen. Folge meiner Stimme. In die U-Bahn. Starr keine Löcher in die Luft. Schnell. Hör zu. Dein Miss wird dich treten. Also spiel nicht mit dem Testpark. Okay. Hundert euch nicht über die Grafik oder so. Das ist... Okay. Das ist, weil... Ja, gut. 2012 was Spiel, ne? Was ist das? Das dürft ihr euch nicht wundern. Ich hab mir das nur geholt, weil das jetzt gratis war. Los. Es ist nicht mehr weit. Okay. Die hat nichts dabei. Wir haben ja irgendwie Taschenlampe. Irgendwas. Okay. Nee, hat die nicht. Okay, lauf. So. Ach du Scheiße. Okay. What the f- Look at that dude. Verloren? Ne, ich glaub nicht. So. Also vielleicht wisst ihr es. Ich bin ja bei solchen Spielen immer so ein richtiger Angsthase. Sagen wir mal. Also nicht richtig, aber schon ein bisschen... Ja. Aufstehen, aufstehen. Du siehst nicht gut aus. Ich würde ja sagen, es ist ein Albtraum, aber was ist das Licht heutzutage? Gut, dass ich dich gefunden habe. Willkommen im Safe House. Meine Freunde nennen mich der Prepper. Weißt du warum? Weil ich immer vorbereitet bin. Glaub es oder nicht. Aber ich wusste schon lange, dass das kommt. Gut, siehst du das Gerät auf der Bergbank? Mit dem Bildschirm? Nimm's. Keyboard. Okay. Schauen wir mal, was gibt's hier. Aufheben. Ist selbst gebaut. Ich nenn's Prepperpad. Es ist ein Outradar mit Verbindung zu mir. So kann ich auf dich aufpassen. Du wirst es brauchen. Kippe. Klo ist ein Generator. Okay. Hier ist grüne Licht auf der Karte. Hier. Ne, hier brauchen wir auch ein Keycard. Grünes Licht auf. Hier dürfte eigentlich nichts sein. Allein schon, weil... Äh, hier ist Klo. Okay, wir müssen hier durch. Schau mich immer ein bisschen um, weil es... Okay, wir haben gespeichert. Wir müssen aufpassen. Äh, Taschenlampen, Licht. Haben wir nicht so viel. Wir müssen hier rein. Aktiviere den Generator. Musst ich hier nicht... Hier brauch ich die Keycard. Müsste hier irgendwo eine Keycard liegen. Hier gibt es im Fernseher. Aber da brauchen wir Stroh. Hier, 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 hier. Ich suche die ganze Zeit verzweifelt zu... So eine Keycard, siehst du? Die gibt es aber. Entweder gibt es die nicht oder ich finde die gerade nicht. Ähm... Na, was soll's. Schauen wir mal. Also hier ist der Raum, wo wir rein müssen. Musst mal. Hier drüber. Hier die Toilette. Hier durch. Obwohl, die durch können wir nicht müssen, weil hier sind wir ja gekommen. Okay, Leute, ich mach kurz eine Station-Karte. Wenn ich das gefunden hab, wie das weitergeht, dann... ...sag ich euch Bescheid. Oh, warte mal. Wait a minute. Ach, hier. Jetzt kannst du was sehen. Geh zurück in den Hauptraum und zieh dir die Monitor an. Okay. Hauptraum, die Monitore. Siehst du, der letzte, dem ich helfen wollte, ist ohne Pad rausgegangen. Eine ganz schlechte Idee. Aber da ist noch was Nützliches. Der Rucksack dort ist ein Bug-Out-Pack. Und Bob, den Inhalt brauchst du zum Überleben. Okay. Okay, gut. Bug-Out-Pack. Finde den vorigen Überlebenden. Okay, ich hab gar nichts noch. Hier drüber. Hier rein. Was muss ich sagen? Hammer benötigt. Okay, wir brauchen mal einen Hammer. Ey, Leute, sorry. Ich muss mich noch ein bisschen eingewöhnen in das Spiel. Ich höre auch ein bisschen, weil wenn da ein Zombie kommt, dann kommt da ein Zombie und... Das wollen wir nicht unbedingt. Das wollen wir nicht unbedingt. Zumindest jetzt noch nicht. Aber er hat gesagt, hier gibt's einen Rucksack. Und jetzt könntest du mal das Radar ausprobieren. Und jetzt ist da... Los! Hol dir den Cricket-Trager. Und sei nicht zimperlich. Nimm als stillschweigende Übereinkunft der Überlebenden. Du willst doch auch, dass es jemand für dich tut, der dir infiziert wird. Gut gemacht. Nicht schön, aber es muss sein. Jetzt zieh dir den Bob an. Wie gesagt, darin steckt eine Pistole und Munition. Die brauchst du definitiv. Okay. Ha. Also ich muss L2 und das drücken. Ich kann nicht eins allein, sonst schubse ich den nur. Okay. Hier gibt es dir Heimann-Scanner. Okay. Scannen. Die Steuerung ist echt. Geh zurück in den Hauptraum und sieh dir nochmal die Monitore an. Wir sind mit den CCTV-Kameras in ganz London verbunden. So wie die in dem Supermarkt in deiner Nähe. Je mehr Augen du hast, desto besser. Es gibt dort noch mehr Kameras. Ich werde dir zeigen, wie man sie hängt. Die Leute halten Kameras für sicher, fest verdrahtet mit der Polizei, aber das stimmt nicht. Ich war bei den Fernmeldern. Ich kann dir das eine oder andere darüber erzählen. Zeit für den ersten Ausflug. Die Kameras reparieren sich nicht selbst und ein paar Besorgungen stehen an. Moment, ich öffne die Rolltore für dich. Schauen wir mal, ist hier jemand? Ne, nicht direkt. Benutze Bob um Gegenstände in einem Schnitt. Hier ist der Rucksack. Hier haben wir den Rucksack. Hier haben wir Pistole. 99 Taschenlampen. Eine Pistole. Erste Hilfe-Kast. Cricketschläger. Machen wir die Pistole. Oben. Gute Arbeit. Du musst diesen Ort sauber halten, wenn du überleben willst. Ne, warte mal. Wir wollen... Ach, okay. Pistole Munition. Brauche ich jetzt nicht. Unten machen wir mal heilen. Ah, ne. Okay. Oh, shit. Wir werden mit dem Ding umgehen, aber erst nächste Folge. Also danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Das war mal die Vorbereitung. Der liegt auf jeden Fall nicht mehr. Ciao.